er muss ich von baum zu baum springen ja jetzt nach auf die andere seite jetzt dann da an denen und runterfallen ich warte mal hier auf dich ich komme hier echt nicht weiter ich brauchte ich bin jetzt runtergefallen ich habe mich auch gerade gefragt jetzt hierüber zu verarschen prozent ich bin drüber gesprungen alle wo muss ich hier hin wo bist du du musst rechts rechts von dir ist eine Leiter am Baum ich will das in eineinhalb Stunden schaffen soll ich nicht vor allem das geht bis Level 5 okay und jetzt soll ich da drüben hin wenn mein Internet abkackt wobei ich glaube ich kann dann trotzdem auf dem Server bleiben aber wenn nein sollte es abkacken können wir dann aufhören aufzunehmen und dann wann anders weitermachen weil das Teil hat fünf Level oder so fünf Welten hey jetzt bin ich an der Leiter hängen geblieben geh du doch weg alter das ist so schwer okay okay wie komme ich da drüben hin äh batz okay und jetzt nein nein ich habe nichts gesehen nein ich war an der ich war an der Leiter dran und habe die nächste verkackt so eine einfache ich habe nichts mehr gesehen und bin einen Schritt weiter und ich spring gegen Bäume ja Paco du kommst dann noch weniger weiter du bist auf dem falschen nein ist er nicht so Paco mach nee mach du ja geh da drüben hin mach du nein du bist mir im Weg ich sehe nichts deswegen spring du zuerst ich war schon an dem anderen Baum dran oh natürlich jetzt kann ich mal runter ich schau nein doch nicht was ja oh das gibt es nicht oder ich bin oben ich war ich auch schon ja ich habe da ewig für gebraucht nein alter nein das ist jetzt wieder bei den Leitern oder ey lass mir mal meine Äpfel die da auf dem Boden liegen wie auch immer da ist ich ich habe noch mehr als ein meine Äpfel wieder meine Äpfel ein Stack alles danach ist so leicht ja und da bin ich runtergefallen beim einfachen ja ich ja genau beim letzten bin ich runtergefallen beim allerletzten bevor es weitergegangen wäre zum nächsten alter nein nein lass alter wenn du den Checkpoint zu machst nein wieso falle ich denn von der Leiter runter jetzt schaffe ich es voll oft oder auch nicht ich springe an die Leitern dran stehe oben drauf und letztlich falle ich runter nein bist du auch zu weit gegangen ja ich bin zu weit gegangen das geht zu weit nein wir könnten einfach hier unten Wasser hin tun ja das kann ich dann vielleicht im Singleplayer mal machen unter solche Stellen Wasser tun damit man nicht verreckt achso ich muss die Leiter nehmen wieso habe ich das davor nie geschafft ich habe es einmal beim zweiten Versuch geschafft ja ich habe da fünfzehn Versuche für geworfen auch davon bin ich siebenmal gestorben deine Stimme ist gerade so komisch deine ist immer komisch gib ihm hart nein nein Hannes Hannes nein jod hö ja lol ha ha wo geht es hier weiter da ey Karsten nein 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 ja bist du durch ja 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 dann mach mal schön den Checkpoint auf ne du kommst hier nicht her du machst das jetzt ja ich meine nur falls du verreckst ne alter gehts ja um kacke hier los ich bin drüber Jira nein nein boah alter jetzt wäre ich fast auf das Holz gesprungen das ist mir passiert aber es zieht kaum Leben irgend so drei Leben oder so äh du hast ja an der Seite hä an der Seite ist doch extra ein Pfeil um dir zu zeigen dass du da hoch saust ist äh ey wenn wir das fertig haben sind wir so die Pros aber mal sowas von bei einem bei einem ist es ist es so ein Leiter gespringe nein oah eine halbe herzen ach da ah da ja so ungefähr hä wo wo muss man ha ach ha ich habe aber Dings gedrückt oh alter ich hasse die so um die Ecke gehen so von hier aus muss ich nein ich war auf die Ecke drum und bin dann verreckt nein du hattest zu wenig Leben ja ich glaube auch ich glaube ich habe das Gefühl meine Maus leckten der Bewerb aber es ist nicht so Spaß die Welt es ist so eine Herausforderung hä wo sind meine Äpfel die liegen oben auf dem Ding ich hab welche ich leg dir was hin zwei Stacks war uns ne beziehungsweise 64 und dann nochmal 50 35 ja kann auch sein aber dann hast du jetzt wieder ein volles Deck oder ne ja ich hab's was ist das denn die haben jetzt nen Repair Block damit kann man Werkzeuge reparieren ich hab Welt 1 Bitches Alter wie geil und da kann man Werkzeuge benennen so die Schwuggele Axt oder sowas wie geil ich hab's man Leute hier sind auch neue Checkpoints ja gleich da was ist das denn für ein Scheißdreck hier hä ich war doch schon oben oh gefällt hä wie kommt man da um die Ecke Hannes ja einfach so wie ich sonst auch immer ja aber wenn ich da langsam gehe und dann springen dann wo meinst du jetzt da jetzt ganz an die Seite und äh so so ja genau im Prinzip genau diese Ecke vom Ding anschauen und dann drum springen ist so ein Scheiß halt bin drüber gut ich bin halt ein guter Trainer nein das ist mir auch passiert diese blöde Leiter blöde blaue Blume ja so ungefähr du kennst das gar nicht es ist mir egal du hast das Video geleert ja aber ich hab's auch nie wieder gefunden na Alter ich bin grad runtergefallen irgendwie kurz vorm Ende bin aber unten einen Block tief auf so einen anderen draufgekommen was war denn das für ein YouTube Video genau von so einem Typen der irgendwas spielt da sind halt so blaue Blumen die ihn angreifen blöde blaue Blume nein ich würde so lachen wenn du den Checkpoint nicht geöffnet hättest der Checkpoint ist geöffnet und hier ist ein neuer Spawnpunkt das gibt's nicht da war ne Leiter dran vor allem war ich ja direkt am Ende und bin dann runtergefallen aber das hier mit den Leitern ist ganz einfach am Anfang höh lol ey schon wieder nein nein ich vergesse immer Shift zu drücken wenn ich mich an der Leiter gestalten ich bin jetzt nein zweimal hintereinander auf dem anderen Block runtergefallen wieder du musst Shift einfach von Anfang an halten dann also wenn du in der Luft bist ja eben das vergiss ich halt immer oh alter ist es gibt's doch nicht soo turn around 5 4 3 2 1 well done wenn ich jetzt runter fallen würde alter ich wär verreckt bin ich da oben drauf congratulations you have just completed the world one spawn Neeeeeein wie macht man das? Time und dann? Set 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 und dann? 23 Uhr nein, 15 15 und dann 3 Nullen 15000 so slash Time Set 15000 ey, diese Leiter fackt's sau ab ist das jetzt ne 8? ja 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 ne der ist doch im Haus, der sieht doch nix wo bist'n du eigentlich fuck, immer noch da oben ja, da strecken wir das auf ey alter, diese Leitern sind so kacke also nicht die hier am Anfang, die sind einfach aber, hä? oh, fail läuft ich hab nen Trick gefunden was hast du denn, Hannes? ja, was? nicht die, später sind dann so Leitern sind dann Sandblock, wo du um die Ecke drauf springen musst und da sind Leitern dran und dadurch, dass da Leitern dran sind, kannst du da nicht direkt drauf springen ja, natürlich was hast du denn? ja, du kannst aber nicht so komplett na, oh, ich bin schon wieder runter gefallen boah, nee, oder? find the right way ja, dann geh du mal links, ich geh dann rechts das sind aber mehr als links und rechts dann geh du mal ganz links und ich geh ganz rechts da, da ey alter, das geht's doch nicht ich verreck jetzt schon an so einfachen Ecken ja hat Falko's geschafft? ja hat Falko's geschafft? ja ja man muss dann da und runter gefallen dann nein nein und schon wieder runter gefallen äh, ja da hier geht's nicht weiter das ist schön warte mal ich geh jetzt mal den Weg da so rückwärts dann muss man wahrscheinlich von da da hoch ne man muss da okay wenn ich jetzt hier runter falle ey mh oh nein nein bist du verreckt? nein aber ich bin jetzt auch hier und sehe was hier ist wo müssen wir denn überhaupt hin? ja das, das weiß ich ja selber nicht das weiß ich